Wollen Sie dann gleich zweimal hintereinander drankommen, weil Sie werden jetzt eine nächste Frage. Also zum einen als Familienmensch und nach fast 25 Jahren Kindergarten-Erfahrung habe ich durchaus auch den Blickwinkel. Und die Stadt ist in der Kinderbetreuung schon sehr, sehr gut aufgestellt, baut jetzt auch mit dem Masterplan die Kindergarten-Kapazitäten entsprechend aus. Wichtig dabei ist, dass wir weiterhin flexibilisieren, die Modelle anpassen an die aktuellen Familienbedürfnisse. Was mir wichtig ist im Bildungsbereich, Nürtingen ist Bildungshauptstadt, Bildungsstadt, Schulstadt, dass wir die Konzeption einer weiteren Sporthalle mit Räumlichkeiten voranbringen. Damit wir auch beim Max Planck in der Kernstadt für die entsprechenden Kapazitäten für die Schule sorgen, aber eben auch für Räume, für Klassenzimmer, die entsprechend dem Ganztagesangebot, der Ganztageskonzeption zur Verfügung stehen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept für alle Schulen. Das möchte ich abstimmen mit Lehrer, Eltern und Gemeinderat, damit wir verlässlich investieren.